jetzt gehen wir an den schönen fluss lang ein wunderschöner weg auf auf liebe lieben müden wandersleut die letzten paar meter werden wir auch schaffen ihr lieben müden wandersleut ein wunderschöner gebirgsweg vielmehr flussweg gutes schuhwerk sollte man haben man sollte auch lust zum wandern haben mancher weg ist hier recht lang und auch mühsam aber es lohnt sich allemal so Vielen Dank. Hier nebenan die Schnellstraße, die dann auf ihren Weg nimmt. Hier nebenan die Schnellstraße. Hier nebenan die Schnellstraße. Hier nebenan die Schnellstraße.